Ich würde noch so machen, wir nehmen jetzt 5 oder 10 Zuschauer, rufen wir FaceTime an, die sollen mich auf Instagram anrufen oder dich und die müssen uns zum Lachen bringen. Hol du Zettel schon? Ich hab schon, wer Zettel holt. Ja, ich höre jetzt gehst du erst rechts. Bruder, das war Schere. Was laberst du da? Man hat den Finger doch nicht deswegen gesehen, Bruder. Was? Was war das? Papier. Bruder, du hast so gemacht, Bruder. Was laberst du da? Ich hab so gemacht. Bruder, schaff deine Mutter und sei ehrlich, du hast dich davor so gemacht. Das war so. Alter, bist du sofort um ein verdammtes Papier zu holen? Das hat nicht gezählt, das zählt dann auch nicht, Bruder. Bruder, was machst du da? Das war Papier, ich schaff euch alles, was mir heilig ist, das war Papier wieder. Haha. Wir machen so. Ich geh zuerst mal 5 dran und dann geh du bei 5 dran. Meine Damen und Herren. Ey. Ey. Chat, okay. 5000 Euro, wenn ihr uns zum Lachen bringt. Wir rufen, erzähl Leute, können uns jetzt anrufen. Theo Hopper. Ab jetzt geht's los, ne? Ey. Du kriegst 5000 Euro, wenn du einen Witz erzählst. Okay, also. Sammy, du bist so, äh. Tut mir leid. John, du bist so fett. Deine Nase ist so wie ein Schwein. Guck dich mal an. Guck deine Pimmelaugen mal an. Du bist so hässlich. Guck dir mal deine Nase nicht an wie ein Schwein. Guck. Ey Sammy von Schlottenbach, guck dir deine Pimmelaugen an. Die rieren so viel wie ein Schwein. Halt deine Presse! Halt deine Presse! Halt deine Presse! Du Pimmelgesicht! Du 50 Euro, wenn du uns zum Lachen bringst, ne? Okay. Hallo? 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 Warte. Hallo? Ja, wir hören dich. Perfekt. Hör zu. Hallo? Hörst du zu? Ja, ja. Perfekt. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Hm. Ein Cappuccino. Hast du noch einen? Ja. Was kommt nach Elch? Zwölf. Hast du noch einen? Ja. Habe gerade beim Brötchen angerufen. War belegt. Was macht ein DJ im Club? Auflegen! Auflegen! Check! Ja, aber das ist... Da seht ihr, ich finde dich voll witzig heute, ja? Auf jeden Fall. Manuel Neuer. Ich schwöre Manuel Neuer auf den an. Manuel? Sammy! Manuel Neuer? Ich liebe dich! Ey, bist du Manuel Neuer? Ja, ich habe Kontakt mit Thomas Müller. Ich schwöre auf alles? Ohne Spaß. Oh, sag ein Witz. Ich schwöre, ich lache extra bei dir. Hey, was ist fett und stinkt nach Scheißen? Hä? Jordan! Jordan? Hä? Was sieht aus wie Lama? Sammy? Ja, guck mal. Ich liebe dich! Aber ehrlich, dein Witz war richtig beschissen, ja? Ich kiss dein Herz. Ey, wie muss ich mal reagieren? Wann zählt das als Lachen? Zähne zeigen, nicht Zähne lachen? Ja, wenn man macht. Also, sobald man Zähne sieht, ja? Hey, Sammy. John. Hä? Okay, warte, ich erzähl einen Witz. Digga, was? Ja, egal. Erstmal vor sagen, ich liebe euch. Ich liebe euch alle, Digga. Du bist eine geile Sau, ne? Was macht ein Deutscher am All? Oder sorry, sorry, was? Der legt einfach auf, ja. Der legt einfach auf, scheiß drauf. Warte, hörst du mich? Hallo? Wie nennt man ein Deutschen im All? Ja, wie der? Nils Armstrong. Alman. Ach, Digga. Egal. Alman! Vorher noch eine Person. Alejandro. Komm, bitte, geh jetzt ran. Fehler, Fehler, Fehler. Ich krieg einen Kaxi. Ich kann nichts bedienen. Hallo? Ich will unser Handy explodieren. Du kriegst mein Handy, mein Handy ist überall. Ich mach weiter, Junge, ja. Okay, freilich. Okay, okay, okay. Okay. Hallo? Ey, du kriegst 5000 Euro, wenn du's zum Lachen bringst, ja? Was sieht aus wie an und aus und hat zwei Scheiben? Was? 381, 200 gerade davon geht. Ey, hast du einen Witz, weil die Leute sehen das nicht? Die müssen hören. Hast du einen Witz zum Reden? Äh, was sieht aus wie zwei Kirschen und ist an einer Puppe? Ey, zähl mir so mal zwei Titten. Ey! Du kriegst 5000 Euro! Schick mir deinen Paypal, ich geb dir 5000 Euro! Auf jeden Fall nicht, du Spasti! Das ist mein Bruder! Du hast doch gelacht, Bruder! Vor 1000 Leuten, sagen 5000 Euro, wenn ihr uns zum Lachen bringt, dann lacht, der macht nicht. Okay, einen haben wir schon. Noch vier Stück, Chat. Explosion, diese Watzel, keine, keinen. Ich glaub, niemand macht das mit Instagram anrufen, ne? Komm, mach mal einmal so, ich mach's stopp. Stopp! Emilio. 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 Einfach mal anrufen. Ey, hallo? Hallo? Hallo, Emilio? Hallo? Du kriegst 5000 Euro von uns, wenn du uns jetzt zum Lachen bringst. Ich muss mir erst mal einen Witz überlegen, kurz. Hab ich keine Zeit. Der legt einfach auf. Chat, ja? Ihr ruft an, ihr habt keinen Witz. Das war, das ist der Witz an der Sache, ja? Ich schwör, das ist der Witz an der Sache. Ich glaub, ein Mädchen. Lina. Lina. Lina, gara? Lina. Okay, Chat. Chat, ich liebe euch, ja? Ey, jetzt ein Mädchen, ja? Ah, scheiße. Okay, wir machen noch drei Stück, ja? Ruf mich bitte an. Okay. Hey, Christopher Klinge. Christopher? Hallo? Ja, jetzt. Ja. Ey, Christopher, du kriegst 5000 Euro, wenn du uns zum Lachen bringst. Okay, okay. Man sieht das doch nicht. Ich weiß nicht. Okay, ich hab zwei Wätze. Ja, erzähl mal. Guck mal, in Südamerika gibt es vielleicht keine guten Lackierer. Aber dafür ein Guatemala. Und guck mal, ich hab noch einen. Was ist, was geht und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Wannst du nicht lustig? Der Bagger fahr auch nicht. Hast du noch einen? Ich grüße Sammy. Sammy, du wolltest von mir gegrüßt werden. Wer ist Sammy? Der, der halt neben diesem Fettzeit sitzt. Spusti, Junge, spusti. Unser Eigens im Schwarz nehmen wir uns auseinander, ja. Ey, ich glaub, Lina hat angerufen. Doch, hier, Lina. Hallo, Lina? Lina? Hallo. Äh, hast du einen Witz? Äh, ja. Ja, sag mal, Lina. Dann kriegst du 5000 Euro. Ja, ja, ja. Was ist fett und ist 13 Jahre alt? Hm. John. Lina, wie alt bist du? Willst du nicht wissen? Wie alt bist du, Lina? 14. Ich rufe das Kinderheim an. Für jugendliche Therapeuten! Ich rufe Jugendamt jetzt an. Ich schwöre, ich rufe das Jugendamt jetzt an. Ich rufe den letzten jetzt an. Das wird jetzt das Highlight des Jahres, ja. Ihr lacht doch bei jedem, ja. John lacht bei jedem. Lachen ist nicht so. Das ist kein Lachen. Lachen ist, ha, ha, ha. Weißt du? Nick? Hallo? Hallo, John? Ey, Nick, du kriegst 5000 Euro, wenn du uns zum Lachen bringst. Sammy ist ein Hund. Ja, okay. Ich rufe dich nicht. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Nick, Alter! Ey, wo soll ich dir 5000 Euro überweisen? Muss du nicht. Muss ich nicht? Muss. Aber erzähl noch ein Winz dann, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Hä? Hä? Hä?